So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video und zwar sind wir wieder Far Cry 5 und heute testen wir zusammen mit meinem Bruder den GoldenEye Mod oder den, äh, die, die, ähm, vom N64, äh, das GoldenEye Remake in Far Cry 5. Wenn ihr wissen wollt, wie das zu spielen geht, schaut mal ein anderes Video und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr jetzt noch von den guten alten Zeiten vom N64 kennt und auch im Multiplayer noch im Splitscreen gegeneinander gedattelt habt. Und, ja, wir legen jetzt mal los, gucken wir mal, was hier so geht. Kann man sich hier ducken? C, okay. Und das ist Damm, kennt ihr bestimmt auch. Da oben ist einer. Sieht er uns schon? Ah, der kommt unten. Wie war das hier? Die rufen irgendwann dann den, ähm, Alarm, gell? Die rufen dann irgendwann den Alarm. Sollen wir so eine Mac-10 nehmen? Nee, Schallgelämpft ist besser, oder? Kannst du auch eine AK rausholen, ne? Ja, aber die ist nicht Schallgelämpft. Ich bin hier das Nixi-Trixi-James-Bondix. Muss man jetzt hier hoch. Ah, das ist halt krank. Ja, der macht gleich hier voll auf laut, oder was? Ja, das ist ja nicht wie die, äh, Mission vom Ding. Die Freunde feiern? Scheint nicht so. Was? Nix. Alter, was geht hier? Oha, eine SVD. Alter, da schnappt es sich direkt. Kannst du es doch nicht nehmen, oder was? Nee, du hast sie mir weggeschnappt. Krank, auf jeden Fall. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Der hat wirklich, ähm, wie viel waren es? 17 oder 18 Maps nachgebildet, originalgetreu. Das ist richtig krank, die Aktion, auf jeden Fall. Und das, was man im Koop spielen kann, ist halt eigentlich umso geiler. Also wir müssen jetzt, glaube ich, so Kopfgeldjagd machen, oder was? Oder oben ist einer? Ist irgendwo, achso, das ist Escape. Krank. Ah, da muss das, wie lange hat das gedauert? Also ich werde auf jeden Fall die Videobeschreibung... Hat er gebastelt insgesamt. Ah, die Studios, Alter. Ich werde auf jeden Fall den Bericht nochmal, ähm, dazu verlinken. Unten in die Videobeschreibung. Du bist nicht! Du bist nicht! Holy shit, Alter, was hast du gemacht, Alter? Aber auch irgendwas Explosives. Aua! Aber warte mal, hier geht's rein, irgendwie. Auch ein Wahnsinnsbumper. Okay. Mir fehlt mit der AK irgendwie das... Das, äh, mit der AK fehlt mir, das, äh, James-Bond-Feeling. Außerhalb ist doch gerade irgendwo jemanden gesichtet. Ja, aber wir, da unten ist der, was eigentlich, der, den, was wir halt töten... Nämlich auch, mich, was wir töten müssen. Ja, warte mal, wir wollen mal langsam. Und hier alles abchecken. Ey, wo bist du? Da oben. Ja, hier in dem Turm. Aber wenn man überlegt, wie krank die Grafik damals war... Aber krass, eigentlich auch, dass da nie so richtig mal ein Remake gab von dem Game, oder? Gab's mal irgendein gutes... Es gab schon Remakes, aber die waren halt grafisch, bei weitem nicht auf dem Niveau. Aber so generell, so James-Bond-Shit-mäßig. Äh, wer ist das? Ist der da oben oder unten? Ist das Buggy? Ach, Alter, hier, geht auf. Ah, hier ist der Damm jetzt, nice. Wo bist du denn? Guck mal, hier unten. Ja, aber da kommen wir nicht rein, da müssen wir... Ah, der checkt aber uns schon. Müssen wir hier weiter, oder? Dann da unten vorne rein, nach unten. Müssen wir hier den wegschnitten, da oben. Müssen wir ihn mit der Pistole wegmachen, oder was? Ja, ich muss nachsagen. Ah, der ruft jetzt den Alarm, oder was? Wo war das? Ja, ich bin fast tot. Alter. Hä? Ich dachte, es gibt hier irgendwo eine Granate. Hier ist ein Erste-Hilfe-Set. Hä, wie ging denn die Granate rausholen? Alter, das sind wir Granaten, Alter. Smokes, oder was? Total die kranken Gegner. Hä, wo bin ich? Ich sehe nichts mehr. Ja, der muss doch mal decken sein. Ja, jetzt ist er down. Erste-Hilfe voll. Okay, wie setze ich Erste-Hilfe ein? Acht oder so. Probier mal acht, oder irgendeine Zahl. Weil ich wollte Granate sehen. Nehmen, und dann kam es... Warte mal, ich bin hier irgendwo unten gerade. Ja, ich bin hinter dir. Das muss wahrscheinlich zu dem führen jetzt. Da vorne müsste der sein. Ich würde gerne wissen, wie man Granate werfen kann. Ich finde dich. Und wenn ich damit aufgeh'n, du weißt, dass ich dich finde, Mann. Schaff' er eben noch da! Ach, der Gottes! Ernst, oder was? Was ist das für dein Leben? Was ist das für dein Leben? Na komm, du ums Eck und's Necken weg, oder was? Was ist mit dem? War's das jetzt hier, oder? War das der Typ? Erreiche den Ausgang. Ah, okay, jetzt müssen wir noch raus. Alter, was? Du kommst jetzt nix, du kommst hier, Alter! Wo kommt der von hinten? Da haben wir auf einmal andere angeschnippt. Was? Wo kommen die her? Alter! Ich glaube, noch ein bisschen Buggy irgendwie, wie die nachspawn. War der nicht richtig tot, oder was? Hä? Doch, aber die spawnen, glaube ich, einfach behindert nach. Richtig schön in den Rücken rein. Warte mal, dass man hier was ist, hier. Ja, ach so. Oh, was macht der? Ach so. Ich geh baden, ciao. Ja, lass mal weiter. Ich glaube, die spawnen immer wieder Gegner nach. Okay. Und wo müssen wir hin? Bist du oben raus, oder was? Sollen wir mal da runter hüpfen? Wo runter? Ah, hier kann man hoch. Da ist der Ausgang. Warte mal. Lass mal hier checken, was geht jetzt hier drüben weiter, oder müssen wir? Hä, wie kann man denn hier die Granate rausnehmen? Gebt jetzt lieber auf. Hä, hab ich den erwischt, oder was? Äh, guck mal. Ist schon klar, was ich das bin, oder? Ja. Guck mal, ich schau dir mal da drüben. Hä, schießt da jemand auf dich? Warte mal, ich schuld dich mal ab. Warum? Ich will nicht darüber. Ach, du kannst auf den schießen, oder was? Also, wie kann ich die Granaten werfen? Boxen. Partner wurde entdeckt, okay. Irgendwas Interessantes. Surf mich? Ne. Warum kommen die Schüsse dann aus deiner Richtung? Das kann ich dir nicht beantworten. Ja, dann komm mal rüber hier, dass wir hier mal runterspringen können. Hier ist jetzt Ausgang, oder was? Ach, da ru... Hä? So, man muss hier runter mit dem... Hä? Aber wie kann ich das Seil an mich festbinden? Oh, du musst dich ins Wasser springen. Bisschen so. Ja, hier, wo man runterspringen kann, auf der anderen Seite. Wollen wir mal eine Waffe? Spring mal. Los. Mal weg, lass mich mal Anlauf nehmen. Warum? Hä, was ist da oben? Kletterhaken. Ach so, jetzt muss ich da irgendwie abseilen müssen dann. Yeah, Missionsziel erfüllt's. Alle Zielpersonen eliminiert. Stufe 1. Okay, der Fortschritt. Okay. Also gut, dann vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet, beziehungsweise von dem Mod vom Game. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.